Nichts unerwartet, dass aber auch eine militärische Formation leichtfüssig daherkommt, das ist schon eher aussergewöhnlich. Zu allem sind sie natürlich gerne zackig und vor allem schnell unterwegs. Da ist Band and Bugles of the Rifles aus Grossbritannien. Musik Musik Die Band and Bugles of the Rifles ist eine von insgesamt 22 britischen Militärmusikformationen. Und dabei sicher die schnellste. Ihr Tempo wird offiziell mit 140 Schritten pro Minute angeben. In Wirklichkeit sind es aber sogar eher 160. Hierzu wird auf den unterschiedlichsten Instrumenten musiziert, zum Beispiel eben auch auf dem Signalhorn, einem sogenannten Bugle. Musik 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 Die Schiffe von den Bugles geht bis in die Zeit von Napoleon zurück, wo die Meldeläufer mit leichten Signalhörnern ausgerüstet waren und so schnell und wendig haben Nachrichten überbringen können. Heute bringen sie keine Meldungen mehr, sondern zeigen ihr musikalisches Können auf der ganzen Welt. Zum Beispiel ihr Paradestück Zorba the Greek, was besonders schwierig ist, weil es ganz langsam anfängt und dann immer schneller wird. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Rund 60 Profimusikerinnen und Musiker im Alter von 20 bis 55 Jahren sind in dieser Formation dabei. Und man behauptet von ihnen, dass sie einfach alles spielen können. Vielseitig sind sie auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. Amen. Was für die Italiener die Bersaglieri sind für die Brite die Band und Bugles of the Rifles. Amen. Amen. Ein zackig schneller Schritt zu ruhiger, fliessender Bewegung.